In letzter Zeit auch echt gelöst wird. Das wollte ich persönlich nicht. Ich weiß nicht warum, aber... Also, Michael, du legst uns hier was hin und du zeigst uns allen, was meiner Meinung nach echt pure Liebe ist. Also, ich wünsche mir, ich wäre so authentisch wie du, aber da habe ich noch einen langen Weg von mir, weil du bist echt so wie du bist. Wow! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh